Was ist zu tun, wenn die Personalleiterin der Prokurist als Bestandteil der obersten Leitungsebene mobbt? Diese und weitere spannende Nutzerfragen werden wir heute gemeinsam besprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Rotado. Ich bin Rechtsanwältin in München und Fachreferentin für die WRF und ich habe Ihnen heute wieder spannende Nutzerfragen mitgebracht. Wir beginnen mit der Frage von Pravoslawin Balkan. Er fragt, kann mir gekündigt werden, wenn ich einmal zur Arbeit nicht erschienen bin, weil ich nicht auf dem Plan gesehen habe, dass ich eingetragen war? Ich bin schon seit über zwei Jahren da und war an dem Tag in einer anderen Stadt und konnte nicht zur Arbeit kommen. Und am Telefon meinten sie, wenn ich nicht komme, brauche ich gar nicht mehr zu kommen. Vielen Dank für diese Frage. Ja, hier stellt sich die Frage, ist das ein Fall der verhaltensbedingten Kündigung, ja oder nein? Zunächst erstmal für dich, lieber Pravoslawin, das ist keine wirksame Kündigung, weil sie nicht schriftlich erfolgt ist. Kündigungen müssen immer schriftlich erteilt werden. Das heißt, du musst wirklich ein schriftliches Schreiben bekommen vom Arbeitgeber, das der Arbeitgeber auch unterschrieben hat. Erst dann ist wirklich dieses Formerfordernis der schriftlichen Kündigung gewahrt. Das ist erstmal das Erste. Also eine mündlich ausgesprochene Kündigung ist erstmal gar nicht wirksam. Das Zweite ist natürlich die Frage, ist das tatsächlich ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund? Zunächst erstmal ja. Wenn ich nicht zur Arbeit komme, verstoße ich gegen meine arbeitsvertraglichen Pflichten, zumindest so wie es in deinem Fall ist. Wenn ich das nicht entschuldigen kann, wenn ich krank bin, wenn ich im Urlaub bin, ist das natürlich was völlig anderes. Aber grundsätzlich, wenn ich im Schichtplan eingetragen bin, ich komme nicht zur Arbeit, ist das ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund. Ob das in deinem Fall jetzt zutrifft, ist abzuwägen. Das kann so pauschal leider nicht beantwortet werden, da jede Kündigung tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung ist. Das wäre jetzt noch die Frage, wäre es nicht notwendig gewesen, dich erstmal abzumahnen. Wenn das entsprechend so gesehen wird, dann wäre tatsächlich die Kündigung wegen der fehlenden Abmahnung nicht wirksam. Wichtig für dich, lieber Bravus Lawin. Also wirklich wichtig jetzt, darauf zu achten, wenn da noch eine schriftliche Kündigung kommen sollte vom Arbeitgeber, achte bitte darauf, dass du innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung, Kündigungsschutzklage erheben musst. Ansonsten wird die Kündigung in jedem Fall wirksam. Und das wäre natürlich, wenn du jetzt Zweifel dran hast, dass ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund vorliegt oder beziehungsweise, dass die Kündigung wirksam ist, auf jeden Fall noch der Rat von uns, sich einen Rechtsanwalt zu rufen und Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen zu erheben. Dann überprüft das Gericht nochmal intensiv, ist denn diese Kündigung tatsächlich gerechtfertigt oder nicht. Von hier aus ist es leider ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber grundsätzlich liegt ein Kündigungsgrund vor. Ist halt die Frage, ob die Kündigung immer noch angemessen ist oder nicht. Wir kommen zu unserer nächsten Frage und zwar von Rüdiger Hilrichs. Rüdiger fragt, der Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist setzt nach § 199 Absatz 1 Nummer 2 BGB voraus, dass der Gläubiger Kenntnis von seinem Anspruch erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Wann hat ein Arbeitnehmer, der einmal pro Woche Nachtarbeit, mehr als 48 Tage im Kalenderjahr, mehr als zwei Stunden zwischen 23 und 6 Uhr, tätig ist Kenntnis von seinem Anspruch auf einen Nachtarbeitszuschlag, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer diesen Anspruch verschwiegen hat, dem Arbeitnehmer auch keinen Abdruck des Arbeitszeitgesetzes ausgehändigt und auch nicht auf die Einsichtnahme im Betrieb hingewiesen hat. Hat der Arbeitgeber gegen § 16 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz verstoßen? Ja, da sind unheimlich viele Dinge drin, die zusammenkommen, lieber Rüdiger. Vielen Dank für diese Frage. Zunächst erstmal fangen wir, nehmen wir das Ganze mal so ein bisschen auseinander, fangen wir mit dem Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetzes an. Du hattest ja gesagt, § 16 Arbeitszeitgesetz, genau der schreibt vor, dass der Arbeitgeber das Arbeitszeitgesetz entsprechend auslegen muss im Betrieb oder zumindest den Arbeitnehmern ermöglichen muss, dass sie da Einsicht nehmen. Ganz klar, wenn der Arbeitgeber das nicht macht, ist das ein Verstoß gegen § 16 Arbeitszeitgesetz, allerdings ist die Folge einfach nur, ich sage mal in Anführungszeichen nur, eine Geldbuße, denn der Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz ist eine Ordnungswidrigkeit des Arbeitgebers und entsprechend hat das keine Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber bekommt dann entsprechend einfach nur eine Geldbuße auferlegt, die er dann zahlen muss, weil er gegen diese Verpflichtungen aus dem Arbeitszeitgesetz verstoßen hat. Was ist mit diesen Verjährungsfristen? Da hattest du ja auch noch nachgefragt. Grundsätzlich vielleicht nochmal auch für dich, auch Ansprüche auf Lohn, auf Gehalt von Arbeitnehmern verjähren innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist. Das sind drei Jahre. Diese Verjährungsfrist beginnt immer in dem Jahr, wo der Anspruch entstanden ist und dann immer zum Ende, zum Schluss des Jahres. Bei Arbeitnehmern sagt man dann grundsätzlich oder geht man grundsätzlich davon aus, dass die Verjährung immer dann oder der Anspruch immer dann entstanden ist, wenn die Arbeitsleistung erbracht wurde. Also in dem Monat, wo ich gearbeitet habe, in dem ist dann, sagt man, nach der herrschenden Meinung auch der Anspruch entstanden und dann beginnt zum Schluss des Jahres immer die Verjährungsfrist zu laufen und dann drei Jahre. Wie ist das mit dem Nachtzuschlag? An sich gibt es da keinen Unterschied. Auch der Nachtzuschlag ist ein Teil meines Lohns, meines Gehalts. Auch da greift dann entsprechend ganz normale dreijährige Verjährungsfrist nach 199 BGB, wie du ja auch so schön hier für uns zitiert hast. Dann war bei dir noch die Frage, wie ist das aber, wenn ich jetzt ja keinen Abdruck vom Arbeitszeitgesetz bekommen habe, habe ich dann trotzdem Kenntnis als Arbeitnehmer, dass dieser Anspruch besteht. Und da gibt es jetzt diesen kleinen feinen Unterschied, dass einfach das BGB bei der Kenntnis auf die anspruchbegründenden Tatsachen abstellt. Das heißt, vielleicht mal an einem anderen Beispiel, ein bisschen plastischer für dich dargestellt, wenn ich einen Unfall habe mit einem Auto, jemand anders fährt mir in mein Auto rein vielleicht, dann beginnt die Verjährungsfrist in dem Moment schon zu laufen, wo ich ja diesen Schaden sehe und wo ich auch weiß, wer diesen Schaden verursacht hat. Denn dann bestehen die anspruchsbegründenden Tatsachen. Und so ist es auch bei dem Nachtzuschlag. Wenn ich als Arbeitnehmer nachts arbeite, dann mache ich Nachtarbeite. Das sind die anspruchsbegründenden Tatsachen, die dann entstehen. Und dann beginnt, oder dann habe ich auch grundsätzlich Kenntnis von diesen Ansprüchen, die ich als Arbeitnehmer habe. Und dann beginnt auch am Schluss des Jahres die Verjährungsfrist zu laufen. Das ist unabhängig davon zu betrachten, wie ich, ja, oder ob ich die ganze Situation, die Umstände rechtlich richtig bewerte. Und das wäre ja dein Fall, lieber Rüdiger, dass du sagst, du wusstest ja gar nicht, dass du einen Nachzuschlag hast, weil du das Arbeitszeitgesetz nicht einsehen konntest. Das wäre deine rechtliche Bewertung. Und darauf stellt die Kenntnis nach 199 BGB aber nicht ab. Es geht hier nur darum, dass ich als Arbeitnehmer weiß, dass ich einen Anspruch oder dass die Umstände, die Umstände vorlagen, nach denen ich einen Anspruch auf Nachzuschlag habe. Das lag bei dir vor. Deswegen würde ich jetzt aus meiner Perspektive davon ausgehen, dass die ganz normale Verjährungsfrist greift, auch ab dem Zeitpunkt, wo der Anspruch auf Nachzuschlag entstanden ist, weil die anspruchsbegründenden Tatsachen einfach vorlagen. Ob du das rechtlich richtig beurteilt hast, richtig bewertet hast, ist für den 199 BGB leider völlig irrelevant. Darum kommt es nicht an. Da sagt einfach die Rechtsprechung, die Literatur sagt, okay, da muss ich halt als Arbeitnehmer mich dann entsprechend beraten lassen, wie das denn rechtlich zu bewerten ist, dass ich nachts arbeite. Ist in deinem Fall natürlich ein bisschen schade, aber vielleicht auch als Hinweis noch mal für dich. Pass auf oder achte drauf. Wie gesagt, die Verjährungsfrist beginnt immer erst zum Ende des Jahres zu laufen. Das heißt, wenn du im März einen Anspruch auf Nachzuschlag hattest, im März 2015 zum Beispiel, dann beginnt die Verjährungsfrist nicht im März 2015 zu laufen, sondern immer zum Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, also dann Ende des Jahres 2015. Das heißt, du hast dann noch ein bisschen mehr als drei Jahre Zeit, deinen Anspruch geltend zu machen. Ja, kommen wir zurück zu unserer Eingangsfrage. Ihr oder Sie erinnern sich und zwar von Sternchen76. Ich darf noch mal vorlesen. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Was ist zu tun, wenn die Personalleiterin Prokuristin als Bestandteil der obersten Leitungsebene mobbt? Ein Jobwechsel kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Ja, Sternchen76, vielen Dank für deine Frage. Auch bei uns Mobbing immer ein großes Thema. Es gibt drei Sachen, die du machen kannst in deinem Fall, wenn du gemobbt wirst oder vielleicht auch, wenn ein Kollege eine Kollegin gemobbt wird, was du da entsprechend der Kollegin raten kannst. Ganz wichtig natürlich, mit dem Betriebsrat reden. Den Betriebsrat darauf aufmerksam machen. Der Betriebsrat hat die Möglichkeit, dann entsprechend natürlich auch mit dem Arbeitgeber zu reden und darauf zu drängen, dass da dem Ganzen abgeholfen wird, dass natürlich diese Mobbing-Situation für dich nicht mehr besteht. Außerdem wäre es wichtig und vielleicht auch, wenn es keinen Betriebsrat gibt, vielleicht mit einem weiteren Vorgesetzten oder jemanden aus der höheren Ebene drüber zu sprechen und sich da vielleicht Hilfe zu holen und darauf hinzuweisen, dass man gemobbt wird im Betrieb. Außerdem, ganz wichtig, ein Mobbing-Tagebuch führen. Das ist mittlerweile bei den Gerichten anerkannt als Beweismittel. Bitte dokumentiere regelmäßig, welche Vorfälle wann passieren, wann du gemobbt wirst, von wem, was passiert ist. Schreib das alles wirklich schriftlich auf in ein Tagebuch und dann kannst du das nachher tatsächlich vor Gericht auch verwenden als Beweismittel, falls du zum Beispiel eine Verletzung deiner Persönlichkeitsrechte dann einklagen möchtest. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, damit man einfach dokumentiert, schriftlich wann wird denn wer wie gemobbt. Als Beweismittel auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und natürlich dann entsprechend auch wichtig, sich einfach da nochmal Rechtsrat zu holen, sich rechtlich beraten lassen. Unabhängig vom Führen dieses Mobbing-Tagebuchs ist natürlich dann auch nochmal wichtig, vielleicht auch mit diesem Mobbing-Tagebuch dann nochmal zu einem Rechtsanwalt zu gehen und sich da beraten lassen, was ist denn die Möglichkeit, wie man vielleicht einen Unterlassungsanspruch gegen den Vorgesetzten durchsetzen könnte oder vielleicht auch Schadensersatzansprüche einklagen könnte, weil man wirklich da massiv in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wurde. Das aber bitte dann mit dem einzelnen Rechtsanwalt besprechen. Das können wir von hier aus leider nicht so darlegen, weil es da auch wieder immer auf den Einzelfall ankommt. So, damit haben wir es für heute geschafft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Franziska Hurtado. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.